Und nun steht ein Abschiedsspiel im Raum unter anderem, aber es könnte auch sein, dass es noch in anderer Funktion für ihn bei der TSG weitergeht. Vieles, über das wir heute reden können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er da ist. Erwin Tschak, tschüss. Erstmal herzlich willkommen. Neun Jahre bei der TSG. Was geht Ihnen vor, wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken? Was sind die überwiegenden Gefühle? Ja, schon verrückt auf jeden Fall. Tatsächlich, wenn man da zurückblickt, dass es tatsächlich schon neun Jahre sind. Ich kann mich erinnern, wie gestern, wie ich hier bei der TSG ankam. Natürlich eine Zeit mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Ich meine, ich habe mit dem Verein alles erlebt. Wir haben Abstiegskampf gehabt, wir haben international gespielt, wir haben Champions League gespielt. Ja, deswegen war es schon eine emotionale Zeit auch. Und umso emotionaler ist es mir natürlich gefallen, dass sich am Ende natürlich die Wege getrennt haben. Aber so ist es im Fußball. Und die TSG wird für mich immer was Besonderes bleiben. Und ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht dann irgendwann mal in einer neuen und anderen Rolle bei der TSG. Ja, das hat ja Alexander Rosen auch schon in Aussicht gestellt, dass das kommen konnte. Jetzt aber erstmal heißt es noch weiter ordentlich die Fußballschuhe schnüren. Also offensichtlich immer noch gut im Saft. Der Anspruch ist noch da, richtig anzupacken. Absolut. Also ich bin da wirklich noch in Top-Zustand. Ich bin fit, ich fühle mich gut. Aufgrund meiner Leidenszeit, durch meine schwere Verletzung natürlich bin ich auch extrem hungrig noch. Ich bin hungrig. Und solange ich dieses Feuer in mir habe, wo das Feuer nicht nur ein bisschen daherpflanzt, sondern wirklich das in mir brennt, so lange wird man mich nicht stillkriegen und so lange werde ich auch weitermachen. Und wie gesagt, der Fußball wird mich auf jeden Fall noch eine Weile haben. Wo die Reise hingeht, wird man natürlich noch sehen. Welche oder gibt es schon gute Gespräche, die zielführend sein könnten? Beziehungsweise wo sagen Sie auch, das wäre das Minimum? Absolut. Ich meine, ich bin wirklich für vieles offen, nicht für alles, aber für vieles. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich bin im Austausch und in Gesprächen mit verschiedenen Vereinen und da kann ich auch das so hier sagen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Da ist wirklich alles mit dabei. Ich habe mir da wirklich noch Zeit gelassen, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, da mir wirklich auch Gedanken zu machen, mir wirklich zu sagen, das ist das, was du auch wirklich machen willst. Und so gehe ich an die Sache ran und bin da auch wirklich mit voller Geduld und Entspanntheit an die Sache rangegangen. Und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, wo die Reise hinführt. Am Ende des Tages muss es passen und wenn das der Fall ist, dann wird dann meine Reise dort fortgeführt. Die Höhen und Tiefen mit Hoffenheim gerade noch mal so kurz in den Hinterkopf geholt. Das ist ja auch eine Entwicklung, muss man sagen, so über die vergangenen Jahre. Hoffenheim als ein absoluter Champions League-Aspirant, zuletzt aber dann doch eher ein bisschen mehr im Mittelmaß. Wenn Sie jetzt auch etwas mehr aus der Vogelperspektive von außen drauf gucken können, was sind denn Ihrer Meinung nach die ärgsten Baustellen? Kann man einfach sagen, das ist die Defensive, da fangen wir zu viel? Ne, würde ich nicht sagen. Ich meine, wer uns kennt und wer den Stil von Hoffenheim kennt, weiß, dass wir sehr, sehr offensiven, attraktiven Fußball spielen und spielen wollen. Dementsprechend ist natürlich, schießt zu viele Tore, aber auch ist natürlich auch dem geschuldet, dass das dann auch hinten vielleicht den einen oder anderen auch kassierst. Wie gesagt, wenn ich das sage, dann könnt ihr mir glauben, dass es wirklich so ist, weil jedes Tor, das wir fangen, tut mir persönlich auch weh. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es gab einfach Phasen, wo es einfach nicht rund lief. Und dann glaube ich, dass wir vielleicht im Team in gewissen Phasen einfach dann verletzungsbedingt oder andersweitig einfach nicht die Erfahrung dann auf dem Platz hatten. Wir haben dann teils Spiele auch verloren, wo wir sehr, sehr, sehr naiv an die Sache rangegangen sind, Spiele weggegeben haben und uns, wie man so schön sagt, die Butter vom Brot nehmen lassen, wo man so auf die Art und Weise es nicht passieren darf. Und da sind immer viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber Fakt ist auch, dass das definitiv nicht unser Anspruch ist. Wir, die TSG, wir haben auf jeden Fall immer den Anspruch gehabt, das Maximale rauszuholen. Und wir waren auch in der Lage und das haben wir gezeigt, zu was wir, ja, zu was wir in Stande sind. Dann drücken wir die Daumen auf jeden Fall für die nächste Spielzeit. Nicht weglaufen, wir unterhalten uns gleich noch weiter, machen aber eine kurze Pause und dann sprechen wir mit Ermin Bicakic unter anderem über die Frauenfußball-WM. Bis gleich. Das sind wir zurück, Bayron. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Denn nicht nur Sie sind weiterhin mit dabei, sondern auch Ermin Bicakic, absolute Identifikationsfigur bei der TSG Hoffenheim, beziehungsweise ab dieser Saison dann erst mal leider nicht mehr. Den Vertrag haben Sie gegenseitig nicht verlängert. Das ist auch eine ganz neue, ungewohnte Situation für Sie. Wie ist das momentan? Absolut. Ich meine, wir hatten lange und intensive Gespräche. Und am Ende des Tages war es halt so, dass sich die Vorstellungen von Vereinsseite, Klubseite sich mit meiner Vorstellung nicht 100 Prozent gedeckt haben. Und dann haben wir auch gesagt, dann gehen wir getrennte Wege. Aber es war eine emotionale Geschichte. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe die Zeit danach, als es klar war, dass ich bei der TSG, dass wir getrennte Wege gehen, hatte ich schon emotional zu kämpfen. Also ich habe wirklich auch, muss ich ehrlich zugeben, auch die ein oder andere Träne vergossen, muss ich ehrlich zugeben, weil es einfach so viel passiert ist. Ich bin als junger Mann hergekommen, ich hatte die Möglichkeit bekommen, eine Legende zu werden, habe das dann geschafft, die Anerkennung bekommen, den Respekt und plötzlich ist, weißt du ganz genau, den Weg zum Training fahre ich nicht mehr. Die Strecke, das war das letzte Mal, dass du die Strecke gefahren bist, der Weg zum Stadion, zur Arena, den wirst du nicht mehr so auf die Art erleben. Und das löst in einem was aus. Also schon sehr emotional für mich gewesen, auch für viele Leute natürlich. Ich meine, da läufst du in die Geschäftsstelle und grüßt die Leute von der Putzfrau bis an der Rezeption bis weiter und das wird nicht mehr kommen. Und deswegen war das schon natürlich etwas, wo man sich erstmal damit abfinden muss und das auch wirklich realisieren muss. Weil ich habe wirklich auch Tage gebraucht, das zu realisieren und emotional zu verarbeiten. Vielleicht kommt es ja dann noch, aber dann wieder möglicherweise, das hatten wir ja heute schon angesprochen im Gespräch, dann an anderer Stelle. Bleiben wir auch mal ein bisschen geduldig als Journalisten. Jetzt haben Sie vielleicht noch etwas mehr Zeit, auf andere Dinge zu schauen, auch den Fußball zu verfolgen. Momentan in Australien und Neuseeland die Fußball-WM der Frauen. Hoffenheim ja selbst ein Verein mit einem starken Frauenteam. Wie haben Sie auch so die Entwicklung in den vergangenen Jahren miterlebt? Eine brutale Entwicklung und der Frauenfußball allgemein hat sich ja extrem entwickelt. Und es ist natürlich schön anzusehen. Was mich umso mehr freut, dass auch wirklich diese Anerkennung, was die Damen einfach auch leisten, dass es so anerkannt wird. Wenn man jetzt plötzlich dann auch sieht, wie voll die Stadien sind und was da eigentlich abgeht. Das ist eine geile Sache und ich war auch schon das ein oder andere Mal bei unseren Frauen zuschauen und ich muss ehrlich sagen, da sind welche, die können aber hallo kicken, leck mich am Arsch. Viele Leute haben da echt ein falsches Bild davon. Da würde ich echt mal einfach sagen, geht mal hin und schaut euch das Ganze mal an, bevor ihr irgendwas vorher erzählt. Also wirklich Respekt und freut mich persönlich auf jeden Fall, dass es natürlich so eine Anerkennung auch jetzt genießt. Ja, dann hoffentlich natürlich auch noch, dass der sportliche Erfolg kommt. Morgen muss dann erstmal gegen Südkorea im besten Fall natürlich einen Sieg her. Gibt es irgendetwas, was Sie sagen, das könnte ich gerne Martina Vostecklenburg, der Bundestrainerin, mit auf den Weg geben oder läuft das alles wirklich richtig gut? Ach, ich sage wirklich, die wissen da auf jeden Fall, was sie machen und ich weiß, wie es ist, wenn man in einer gewissen Situation ist. Das sind Spiele, da muss man sich einfach auf seine Stärken besinnen. Und wir sind alle Experten und von außen können wir alle groß reden. Man muss da einfach den maximalen Support geben. Ist das so einfach? Kann man sich so leicht freimachen in dieser Drucksituation? In dem Fall ist es ja dann einer zu sagen, okay, komm, wir haben das Zeug, wir ziehen das jetzt durch. Man muss so an die Sache rangehen. Und ich meine, das ist ja das Ganze, warum man dann auch irgendwo professionell ist oder professionell sein muss. Ich meine, mit solchen Drucksituationen muss man dann lernen. Klar ist das nicht einfach, aber man muss lernen, damit umzugehen und man muss es auch professionell angehen, weil am Ende des Tages würde ich eine Gegenfrage stellen, wenn ihr nicht so an die Sache rangeht, warum tretet ihr morgen an? Macht doch eine Sightseeing-Tour morgen, dann ist das ganze Thema auch erledigt. Brauchen wir doch nicht spielen. Also die Rangehensweise ist A und O, auch wenn es eine Drucksituation ist. Und ich finde am Ende des Tages, wenn es auch so Drucksituationen manchmal gibt, das ist doch ein geiles Gefühl. Das kribbelt doch schon vorm Spiel und da weiß man, hey, da muss man jetzt, da kommt es drauf an. Und deswegen, ich denke, da sind die alle sehr professionell und so werden die auch an die Sache rangehen. So muss man auch an die Sache rangehen, denke ich. Aber wie gesagt, wir von außen können immer leicht reden, aber man muss da einfach denen den maximalen Support geben. Und das ist, was wir von außen können, bevor wir irgendwelche sagen, hier, mach doch mal doch so oder mach mal so. Ich wünsche denen viel Erfolg. Ich werde es verfolgen und ich hoffe, dass auf jeden Fall ein positives Ergebnis zu unseren Gunsten dann am Ende dasteht. Die Daumen sind gedrückt. Nicht nur morgen um 12 Uhr für die Frauen, sondern natürlich auch für Sie und die weitere Karriere. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute, gesund bleiben und gerne noch oft genug die Schuhe schnüren. Vielen Dank. Vielen Dank.